Das ist das beste Event, was es jemals geben wird. Vor ein paar Tagen hat das Schatzinsel-Event gestartet. Dafür benötigen wir ein Schatzticket. Die bekommen wir aus folgenden Truhen raus. Die sind auch extremst gestiegen von den Preisen her. Die waren eigentlich davor wertlos. Jetzt kosten die bis zu 10 KK, die Truhe. Und da gibt es dann auch Rundenbelohnungen bis zur Stufe 10. Und das sind einige nützliche Sachen, die man gebrauchen kann. Und wenn ihr dann soweit seid, habt ihr auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten an Gegenstand verstärken, Gegenstand verzaubern zu kommen. Also wenn ihr das Event richtig ausnutzt, könnt ihr da richtig gut Won machen.